ziemlich warm heute keine wolke am himmel die sonne ist schon rumgekommen und auch schon fast wieder weg wasser muss ich nachfüllen in den tank das so dunstet wie bell klopft bisschen crypto verkauft geld ausgecast von der poker seite war ich gestern wieder etwas erfolgreich und ja ich überlege mir noch irgendwo hinzugehen raus foxgrove oder teich oder wie auch immer mal sehen euch das noch machen habe ich eigentlich bock drauf aber eigentlich auch schon wieder nicht wenn es nicht so warm wäre ein bisschen bin ich ja mittlerweile fünf uhr es ist super warm hier drin ich überlege zum foxgrove park zu fahren obwohl ich keine große lust habe gerade noch mal dritter geworden im pokertournament hab noch mal ausgecashed 100 dollar just for fun und ja jetzt überlege ich halt zu fahren oder nicht auch erst mal zu essen fisch tank der wird immer grüner sieht man jetzt wird durch die sende wahrscheinlich so gut dann brauchen wir ein bisschen wasser ich wollte noch mal ein paar fischchen holen aber es ist schwierig die mücken das ist halt das problem wenn ich da hinfahre wäre ich auf jeden fall wieder zerstochen ich check meinen wasserstand und dann gucken wir mal so der tag verging wie im fluge nichts passiert und dinner is ready lienne schwitzt und mir ist warm ich schwitze und mir ist warm so das sieht aber gut aus champignons und hühnchen und reis ja ist noch ein bisschen heiß aber super lecker aber ich glaube heute ist kein platz für eis gehen denn es gibt auch da so wir haben immer noch 30 grad das war sogar noch platz für eis gehen ja gerade mal wieder eine motto hier durch die bono aber die probleme in der decke ist denn jetzt nicht die größte soja heute ist nicht viel passiert aber morgen muss ich mal raus unbedingt oh schrecklich fahrrad fahren war ich dann doch nicht mehr wo ich das unbedingt wollte ich wollte mal gucken wie weit die mandern sind die müssen eigentlich so gut wie fertig sein akkurat und präzise